Wir würden das gerne noch ein bisschen genauer wissen und sind deswegen in Karlsruhe verbunden mit dem ZDF-Rechts-Experten Felix Zimmermann. Ich grüße Sie sozusagen in die Stadt des Rechts. Grüße, hallo. Herr Zimmermann, erklären Sie uns das ein bisschen genauer. Die robuste Sprache ist im politischen Wettbewerb mittlerweile Usus. Wo liegt hier der Knackpunkt? Die robuste Sprache ist Usus und natürlich gerade bei der AfD, da ist ja dieses berühmte Zitat überliefert von Alice Weidel. Politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Entsprechend äußert sich die AfD ja auch, wir wollen sie jagen. Andere werden in Anlehnung an nationaldostenische Sprache als Volksverderber bezeichnet. Aber wenn es dann darum geht, dass die AfD auch mal selbst im Fokus ist, dann strengt die AfD ganz gerne Gerichtsverfahren an. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Und hier ist eben der wesentliche Unterschied, den die AfD geltend macht, ob sich jemand als Amtsträger äußert oder allein als Parteipolitiker. Und in dem Falle wird darauf hingewiesen, dass das also der Amtsträger, der Bundesinnenminister, das Regierungsmitglied gemacht hat. Wenn wir da nochmal einen Schritt weiter gehen, diese Äußerungen, also der Vorfall ist ja schon wirklich einige Zeit her, September 2018. Was muss man da eigentlich noch zur Vorgeschichte wissen, wenn ich das nicht falsch gelesen habe, gab es da auch schon einen ersten Anlauf, das sozusagen ad hoc zu stoppen? Genau, also das war 2018, diese Aussage von Seehofer im Interview. Die AfD sei staatszersetzend, sie stelle sich gegen den Staat. Sie könnte tausendmal behaupten, dass sie demokratisch sei. Und das war als Reaktion darauf, dass die AfD, wie wir gerade im Beitrag auch schon gesehen haben, den Bundespräsidenten im Bundestag harsch angegriffen hatte. Nun ist es eben so, dass diese Seite, diese Aussage dann auf die Seite des Ministeriums gestellt wurde. Und die AfD hat das schon damals nicht gut gefunden, 2018. Und im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes versucht, diese Äußerung zu verbieten. Aber da reagierte das Ministerium schnell und stellte diese Seite eben offline. Deswegen hatte das damals keinen Erfolg. Und heute geht es eben um die grundsätzliche Klärung der Frage, was dürfen eben Amtsträger sagen. Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil als Bundesminister ist man ja quasi in einer Zwitterstellung. Einerseits ist man eben ein Minister, hat ein Regierungsamt inne, ist in diesem Wege zur Neutralität verpflichtet. Und andererseits, damals war Seehofer auch Vorsitzende der CSU. Und da ist es eben Usus, dass man sich entsprechend rabiat zugespitzt äußert. Nur, diese Äußerung, die ist eben dann problematisch, wenn es auf der Internetseite des Ministeriums und damit unter Einsatz staatlicher Ressourcen passiert. Ja, damit bekommt es einen anderen Charakter. Er ist nicht der Erste, der im Feuer steht. Da war schon Johanna Wanka, da war auch Joachim Gauck. Sie haben das Glück gehabt, heute dieser öffentlichen Verhandlung beiwohnen zu dürfen. Wenn Sie uns noch ganz kurz eine Schilderung geben, wie der Eindruck ist, was dort jetzt besprochen wurde und wohin das vielleicht tendiert. Also das Ministerium hat verzweifelt versucht, klarzumachen, wir müssen doch den Menschen Seehofer auch auf der Internetseite abbilden können. Und dazu gehören eben auch seine etwas rabiate Sprache. Damit konnte die Ministeriumsseite aber wohl nicht durchdringen. Denn Herr Voskuhl, der Präsident des Gerichts, sagte immer wieder, na gut, aber Herr Seehofer hat auch viele andere Kanäle zur Verfügung. Muss das denn unbedingt hier auf der Seite des Ministeriums passieren? Und Sie sprachen es an, die Rechtsprechung ist relativ gefestigt. Dass hier eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, liegt auch daran, dass es im Organstreitverfahren eben so üblich ist. Das muss jetzt nicht deswegen passiert sein, weil es eine grundsätzliche Klärung gibt. Also nach alledem, was wir heute gehört haben, sieht es so aus, als würde die AfD diesen Rechtsstreit für sich entscheiden. Sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Eindrücke nach Karlsruhe. Felix Zimmermann, Rechtsexperte des ZDF. Dankeschön.